Das ist jetzt die Bielefeld. Ach, wir haben im ersten Schnee. Bin schon gut aus, ne? Ja, haben wir auch gedacht. Oh, das wird richtig. Das ist hier. Ich muss jetzt in der Schleuchung runterkommen. Oh, ich will sehen. Kommt zu glauben, wir haben jetzt einen Abend geräumt. Und dann ist es jetzt wieder so. Und es fällt, es fällt, naja, nicht so schön wie in Hamburg um. Aber es fällt. Eifrig. Und es ist kalt. Oh. Der Baum oben, der hält das auch schon lange nicht mehr auf. Guck mal, die sind zweig geworden hier. Das da drüben sind unsere Autos. Also das rote ist unser Auto. Ich weiß nicht, wer es in der Autos hier vorne ist. Das kann ich schon nicht mehr sehen. Ich kann mal um die Ecke gucken. Ah, da hat schon jemand geräumt. Wie nett. Also ist das auch geil. Ja, ja. Und das ist alles. Und dann, der hier. Untertitelung des ZDF, 2020